Herzlich Willkommen bei Stein im Weltall. Wir schmeißen mal ganz viele Teile auf den Tisch, denn wir haben ja gesagt, wir starten ein Großprojekt und da hilft mir auch Opa Andi schon aus mit ein wenig Blättern in einer Bauanleitung. Wer aufgepasst hat, sieht, dass es sich hierbei um Ninjago City Gardens handelt und ja, wir haben wie gesagt jede Menge Teile geschnappt und schnappen uns jetzt eine Plate, ein bisschen schwierig zu greifen, Achtung, ja hier haben wir sie und wir bauen heute unsere ganz spezielle Variante von Ninjago City Gardens und zwar Ninjago Space Gardens. Wir haben Lego Steine bestellt, wir haben Brickling geplündert, wir haben geguckt, welche Farben bekommen wir, um eben dieses knapp 5000 und ein paar zerquetschte Teile Set in Space aufzubauen. Ihr seht, wir haben ganz viele Teile in Trends Neon Orange bekommen, wir haben Teile in Weiß, wir haben Teile in Schwarz. Wir versuchen uns ein bisschen an dem Farbschema von Ice Planet zu orientieren. Das wird nicht ganz klappen, wir werden auch ein bisschen mischen, aber seid da mal gespannt, was draus wird. Wie gesagt, Teile haben wir jede Menge bestellt und ja, jetzt gucken wir doch mal, dass wir so langsam, aber sicher loslegen. Den Platz kennt ihr ja noch vom letzten Mal, wir haben jetzt aktuell hier das Nudelrestaurant und den Supermarkt und unsere Farm und jetzt ist noch die Frage, wo kommt denn dann später Ninjago Space Gardens hin? Das entscheiden wir noch, jetzt fangen wir erstmal an. Ja, wir starten ganz ohne Stop Motion, wir haben die Säule schon fertig und wir haben hier unten dran ein wenig Boden gebaut. Seht es uns nach, wir werden immer wieder auf Teile hinweisen, auf die Unterschiede hinweisen, eben dass wir zum Beispiel hier außen keinen Fluss verlegt haben, wie im Original Set. Wir werden euch auch nach und nach ein bisschen zeigen, was haben wir anders gemacht. Wir werden keinen Speed Build anbieten hier bei dem Projekt. Ganz einfach deswegen. Es gibt eine Bauanleitung, die man sich herunterladen kann. Die haben wir auch genommen und wir haben jetzt erstmal geguckt, dass wir eben den Sockel ganz in hellgrau erst einmal unten hin bauen. Und zwar der Boden, so wie er auch beim Original Set ist, eben wie gesagt ohne den Fluss. Den See im Hintergrund haben wir auch umgebaut. Wir drehen mal ganz kurz die Platte um. Hier wird jetzt das ganz Pandemica übliche Wasser reinkommen mit dem leichten Rostton. Wir werden in so eine Art Bernstein-Orange springen und wenn ich sage springen, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben die kleine Insel inmitten von dem Teich erhalten. Wir haben das Ganze drumherum eingegrenzt. Im Original Set ist ja das Wasser offen, weil eben noch mehr Ninjago Sets dazu passen und dran herangebaut werden können. Wir haben versucht mit Wadges so ein bisschen eine natürliche Felsformation hinzubekommen. Und was wir auch gemacht haben, wir haben einen Großteil des Bodens hier von der Basis drumherum tatsächlich nur in hellgrau gebaut und nicht so viele Farben reingemischt. Wir werden einen etwas cleaneren Look vom Set bekommen. Es wird nicht ganz so quitschbunt. Das kommt aber tatsächlich auch durch die Space-Farben an sich. Ja, dann die Frage drumherum, lassen wir das so lose? Machen wir doch noch ein bisschen was hin? Vermutlich wird noch ein Weg hinkommen, eine Treppe. Wir haben auch jetzt schon angefangen und haben hier an diesen Auslauf, wo eigentlich das Wasser hinkommt, so eine Art Springbrunnen installiert. Aber gut, gucken wir uns erstmal die Pflanzen an, die in dem Set einziehen. Klar, hier hinten sind im Original ein, zwei Büsche dran, sind noch viel mehr Ranken auch im Wasser. Und natürlich das Hauptaugenmerk von Ninjago City Gardens, wie auch bei Ninjago Space Gardens, ist der Baum im Vordergrund an der rechten vorderen Ecke von dem Set. Den haben wir jetzt natürlich ganz Pandemica-Style in anderen Farben aufgebaut. Im Original ist er braun, hat aber auch leimfarbene Blätter. Wir haben jetzt den Stamm in Rot gebaut, hier silberne Blüten mit dran, ein paar goldene Blätter drauf. Und ihr merkt auch das Wurzelwerk, da haben wir ein bisschen umgestaltet, eben die Elefantenrüssel in Dark Pink. Deswegen gibt es leider Gottes nicht in Rot, sonst hätten wir die gerne ersetzt. Wir haben auch hier vorne die Bank nicht eingebaut. Wir haben die Stützen hier nicht in Rot, wir haben das Ganze in anderen Teilen aufgebaut. Wir werden also in der Höhe hier oben dran nochmal eine Lage Plates aufziehen. Aber alles in allem haben wir eben versucht, wie gesagt, diese Säule rauszuschmeißen, das so in normalen Technikteilen mitzubauen, um den Stamm an sich hier sauber hinzubekommen. Hat auch ganz gut funktioniert. Dann, wie gesagt, die Blätter haben wir jetzt in dem Bauschritt hier nochmal kurz weggemacht, dass man das Ganze hier nochmal all detail sieht. Ja, die Elefantenrüssel, wie gesagt, in Dark Pink so ein ganz, ganz kleines bisschen mischen. Das müsst ihr uns leider nachsehen, weil eben nicht jede Farbe in den Teilen vorhanden ist, selbst bei den Alternativen. Wir haben hier unten ein Palmenblatt nochmal in Leim dran. Das haben wir vom Steinmarker bekommen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und ja, bei Ninjago City Gardens sind ganz viele Pflanzen mit Schwertern gebaut. Fanden wir super toll. Haben wir auch gemacht. Wie gesagt, hier nochmal die Blütenblätter. Auch da diese Halterung, wo die Blätter draufstecken, die gibt es nur in Grau. Und ja, da müssen wir eben dann doch ein paar Kompromisse eingehen. Deswegen hier nochmal ein Teil in einer Farbe, das wir gerne in Rot hätten. So, jetzt kommen wir aber zu den Gebäudeteilen. Nach und nach werden ja jetzt hier die Gebäude gebaut. Links geht es los in der Anleitung, das machen wir auch. Und jetzt ist die Frage, ja, wir bauen Space. Die Farbwahl an sich viel weiß, viel schwarz, etwas trans-neon-orange wird es sein. Die Inneneinrichtung haben wir hauptsächlich wirklich vom Originalset übernommen und nur in anderen Farben aufgebaut. Und damit man auch wirklich erkennt, dass es Space ist, wir haben ganz viele Sticker und Drucke aus anderen Serien mit aufgenommen, die mit Space zu tun haben, wie dieses Spaceship aus Lego Movie 2. Aber gut, wir kommen ganz kurz zu einem Intermezzo. Und zwar, wir haben eine neue Zigfig bekommen von der lieben Steinchen-Ecke. Link zum Instagram-Profil unten in der Beschreibung. Und zwar handelt es sich hier um einen Beamten des IPED. Das ist der Intergalaktische Private Ermittlungsdienst. Kurzum, wir haben einen Privatschnüffler auf dem Planeten. Auf jeden Fall eine supergeile Zigfig mit einem wundervollen Print, einem Steckbrief. Und ja, die Steinchen-Ecke wird jetzt quasi in Funktion des IPED bei uns auch für die Sicherheit mit sorgen. Und im Hintergrund von der Zigfig seht ihr ein weiteres Gebäudeteil. Ja, zimmerfrei, auch da haben wir nochmal was hingebaut. Das ist im Original ganz, ganz anders aufgeschlüsselt. Wir haben hier nämlich die eine Türe rausgenommen, haben umgebaut, haben das Display hier vorne mit Computern ersetzt. Und jetzt hier an der Seite seht ihr es. Da ist eigentlich eine Türe mit einem Balkon. Da haben wir ausgestellt und haben gesagt, Mensch, komm, wir machen das Zimmer etwas größer und bauen dafür eine Fensterfront hin. Last but not least haben wir dann den bisherigen Baufortschritt mal auf den Drehteller gepackt und gucken das Ganze jetzt nochmal von oben an. Ihr erkennt, es sind ganz viele Hinweisschilder rangekommen. Es ist kaum noch zu übersehen, dass es hier um eine Space-Variante geht. Ja, damit sind wir aber eigentlich schon am heutigen Baufortschritt. Es ist nämlich ganz schön zeitintensiv, dieses Set mal kurz in andere Farben zu portieren. Mal so geschwind zum Werdegang ein bisschen was. Es ist zwar so, wir haben die Teile im Vorfeld rausgesucht, haben sie bereitgelegt, aber es ist ganz viel Kruschtelei, wie man bei uns sagt, mit dabei. Das heißt, wir haben die Teile wirklich in Polybags da und auch in einsortierten Kisten natürlich. Und jetzt ist es so, ich baue jetzt was nach der Anleitung, merke, oh, jetzt brauche ich dieses Teil. Dann muss ich in die Kiste reinspringen, gucken, wo habe ich das liegen, muss es raussuchen, muss es bereitlegen. Und ja, selbst wenn man vorsortiert hat, das braucht Zeit. Macht aber umso mehr Spaß, wir werden etwas langsamer vorwärts kommen, keine Sorge, 5000 Teile. Wir werden nächstes Mal weiterbauen. Mal kurz noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, da werden diese munteren Gesellen hier einziehen. Wir möchten nämlich etwas Alien-Volk hier unterbringen, denn ihr merkt schon, hier gibt es auch keine Luftschleusen. Soweit, so gut, das war es für die heutige Folge. Jetzt sage ich wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Steine im Weltall.